Die Komische Oper Berlin ist ein Haus mit Geschichte. 1890 gebaut als Theater unter den Linden, dann die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit in den 60er Jahren durch Kunst-Nirade und heute ein beliebtes Opernhaus unserer Stadt, in dem wir die verschiedenen Zeitschichten auch immer wieder erleben können, wenn wir durch das Foyer schreiten, in den Saal kommen, uns im Gebäude bewegen. Die Erweiterung führt diese Geschichte fort. Sie ist ein neuer Baustein, legt eine neue Zeitschicht um den Bestand und wahrt diesen aber auch. Und deshalb sind wir sehr zufrieden mit dem Entwurfsergebnis.